Ja, bitte? Wir hätten einen Auftrag, der sehr eilig ist. Das ist ein Foto von meiner Tochter Sima. Sie wollen also, dass Ihre reizende Tochter ihn hier heiratet? Ja. Das geht alles in Ordnung. Jeder Auftrag, den Batscher annimmt, ist praktisch schon erledigt. Mistkerl. Der arme Mann ist doch blind. Kommen Sie, ich fahr Sie mit dem Motorrad nach Hause. Wo sind Sie hin? Ich nehme die Seite. Der arme Mann ist doch blind. Ich fahr Sie mit dem Motorrad nach Hause. Untertitelung des ZDF für funk, 2017